Moin, ich begrüße euch beim Nordic Moor. Heute ist es soweit. Es wird wieder technisch. Juhu! Aber ich glaube, es ist ein Video, wo einige von euch darauf gewartet haben. Ich habe mir das Powerwise-Gerät geliehen. Das kann man unter anderem, ich weiß nicht wo noch, aber ich habe es bei Vornamarin geliehen als Mietgerät und Powerwise ITC. Damit werde ich heute die Paarwerte dieser Lampe messen und am Laptop. Das heißt, ich werde zwischendurch reinschneiden, den Bildschirm vom Laptop, damit ihr die Messergebnisse sehen könnt. Ich hätte es lieber mit dem Handy gemacht und das dann Bild in Bild, aber leider lässt sich das Gerät mit meinem Handy nicht ohne weiteres verbinden, mit meinem Android. Und deswegen benutze ich jetzt den Laptop hier neben mir. Ja, ich bin sehr gespannt, weil wir werden natürlich zu verschiedenen Uhrzeiten messen. Das ist deswegen sinnvoll, weil ich ja eine Kurve habe. Ich habe mir gedacht, ich verbinde mich mal eben mit der Lampe. Guck mal, ob ich es hinkriege, euch das Bild zumindest reinzuschneiden. Ja gut, also ich hoffe, dass ihr jetzt eingeblendet, entweder hier oder hier neben mir, wo es besser passt, den Screen Recorder seht von der Cassie Lampe. Und ich gehe jetzt hier auf Mode und hier könnt ihr jetzt schon sehen, was gerade aktuell anliegt. Nämlich Farbe 48%, Intensität 28%. Jetzt gehe ich mal da rein. Und dann könnt ihr jetzt hier schon sehen, dass wir hier jetzt bei kurz vor 11 sind. Das heißt, die Intensität wird dann auf 35% ansteigen. Ich werde dann mit euch noch mal messen um 14 Uhr. Da haben wir nämlich den Peak. Und der liegt bei mir momentan bei 80% Lichtintensität. Ich spreche jetzt hier extra mal nicht von Helligkeit, sondern von Intensität. Und dann seht ihr hier schon auf der Kurve, dass es langsam wieder runter geht. Ich werde dann gegen Abend noch mal eine Messung machen. Dann haben wir die jetzt am Vormittag gemessen. Dann in der Mittagszeit, wo es am höchsten ist. Und am Abend, wo dann die Leistung langsam wieder runter geht, sich so dem Vormittag angleicht. Die ganz späten und ganz frühen Werte, die werde ich jetzt mal nicht messen, weil ich glaube, die sind auch nicht wirklich relevant. So, und jetzt wollte ich euch ja noch mal eben zeigen, was ich überhaupt gemacht habe jetzt über die letzten Wochen und Monate. Ich habe die Kurve hier mir... Ich kann gar nicht mehr sagen, welche ich genommen habe. Ich glaube, ich habe eine Vorgabe genommen und habe die dann Stück für Stück immer weiter angepasst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Fängt schon mal damit an, dass meine Beleuchtung um 10 Uhr erst angeht. Und dann habe ich die Werte, die hier oben seht, also 15, 20, 35, 50, 70, 80. Das ist immer der oberste Wert. Das ist die Intensität der Beleuchtung. Und hier könnt ihr, glaube ich, sehr schön sehen, dass die über den Tag verteilt sehr niedrig anfängt und dann sehr hoch geht und dann weiter runter geht. So, die Ultraviolett gibt es dann noch hier. Dann gibt es Rot und Grün. Die habe ich so angepasst, wie es mir gefällt und wie man sehen kann, mit wenig Grün und mit ziemlich viel Rot gegen Abend, weil ich das irgendwie authentisch finde. Unter Wasser ist es wahrscheinlich gar nicht authentisch, aber man denkt ja dann so Abendrot und wenn die Sonne untergeht, im Meer versinkt und so. Deswegen ein bisschen höheren Rotanteil gegen Abend, morgens ein bisschen Grün drin und auch noch ein bisschen Rot. Und das ist jetzt so meine Kurve, die ihr ja vielleicht, wenn ihr die schön findet, nachempfinden könnt. Was wir heute herausfinden wollen, und ich gehe jetzt mal hier erstmal wieder raus. Ja, was wir heute herausfinden wollen, nämlich mit dem Messgerät, ist erstmal, wo liegen wir überhaupt? Und anhand dessen können wir dann sagen, okay, ich habe ja jetzt den und den Korallenbesatz. Reichen die Paarwerte dafür oder muss ich noch höher gehen? Weil ich habe ja noch 20 Prozent Leistungsreserve, da ich ja jetzt erst auf 80 Prozent Maximalleistung bin. Und wie ihr gesehen habt, liegen diese 80 Prozent doch eigentlich nur um 14 Uhr an. Also ich könnte auch einfach vorher und nachher die Intensität weiter anheben, sodass diese hohe Intensität einfach länger anhält über den Tag. Ich muss jetzt nicht die 80 Prozent nehmen und auf 100 hochziehen oder so. Wäre aber auch eine Möglichkeit, das mal zu machen, um zu gucken, wie viel Paar kommen denn dann überhaupt an, wenn ich auf Maximum bin. Okay, ich habe jetzt hier erstmal den Spektrum-Analysator hier vor mir eine grafische Darstellung, weil das Gelenk misst ja bereits, es empfängt ja schon nicht. Und ich will jetzt noch kurz sagen, wie ich vorgehe. Ich habe jetzt dummerweise nicht irgendwie so einen Stab oder eine Halterung. Das heißt, ich muss das mit der Hand in die verschiedenen Bereiche halten, gleich im Aquarium. Und dabei aufpassen, dass ich selber nicht mit dem Arm irgendwie die Beleuchtung verdecke. Das kann hier und da passieren. Ich werde auch nicht in jede kleinste Ecke reinkommen wahrscheinlich, einfach weil das so mit der Hand schlecht machbar ist. Mit dem Kabel und so. Ich werde tun, was ich kann, um so gut wie möglich zu messen. Das ist das eine. Dann wollte ich mir gleich noch einen Zollstock holen. Ich habe keine andere Möglichkeit zu messen und werde dann mal auch gucken, in welcher Tiefe sind wir. Und was wollte ich noch sagen? Ich werde nicht die Pumpen abstellen, denn ich will unter realistischen Bedingungen messen. Ich finde, ich habe schon öfter gesehen, dass dann bei Lichtmessungen die Pumpen abgestellt wurden oder auch im Trockenen gemessen wurde. Das bringt mir ja gar nichts. Ich muss ja wissen, wie viel Paar im laufenden Betrieb bei meinen Tieren ankommen und nicht, wie viel Paar da ankommen, wenn ich die Pumpen ausschalte und das Wasser ablasse oder so. Das ist ja Blödsinn. Also insofern, ich werde die Pumpen weiterlaufen lassen. Dadurch wird es zu einer Wellenbewegung kommen und dadurch wiederum wird man das hier auch sehen bei dem Spektrumanalysator, dass es ständig schwankt, dass die Paarwerte auch nicht konstant bleiben, weil es alleine durch die Wellenbewegung und Wasserbewegung schon gegeben ist. Dass das anders reflektiert dann das Licht an der Oberfläche und dadurch werden eben die Messungen nicht konstant sein, sondern schwanken. So, die Aufnahme müsste jetzt laufen und ich gehe jetzt so vor, dass ich einfach stumpf das Gerät ins Aquarium halte und dann gucken wir mal. Achso, den Zollstock, den hole ich noch schnell, bevor ich es vergesse, damit wir nachvollziehen können, auf welcher Höhe wir sind. So, wie immer bin ich hervorragend vorbereitet. Das kennt ihr ja nicht anders. Und jetzt kann ich auch, glaube ich, mit der Kamera wieder ein bisschen höher gehen, dass man ein bisschen mehr sieht, weil das Bild vom Laptop kriegt ihr ja separat. Ich kann auch sowieso vielleicht, ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ein bisschen näher rangehen. Ein bisschen höher das Ganze. So, und ich hoffe, dass der Fokus vernünftig funktionieren wird. Anders kann ich es gar nicht sagen. Okay, ich hoffe, das Bild ist so in Ordnung. Und dann lege ich mal los. Also, ich habe ja ohnehin nur eine Höhe von 40 Zentimetern. Vielleicht kann ich den auch einfach hier draußen anhalten. Ich muss das gar nicht innen machen. Dann haben wir zwar nur noch ungefähr einen Wert, aber ich fange jetzt einfach mal hier stumpf an in der Mitte der Lampe und kurz unter der Wasseroberfläche. Also direkt unterhalb der Wasseroberfläche. Und da sehen wir jetzt 144, 147 oder 125 Paar. Da seht ihr schon, was ich gesagt habe, dass das schwer damit zusammenhängt, wie die Wellenbewegung ist. Dann gehe ich jetzt mal auf, ich sag mal, 10 Zentimeter. In der Mitte, wir befinden uns immer noch in der Mitte der Lampe. Das ist jetzt ungefähr die Höhe der Pilzlederkoralle und von der kleinen Borgonie. Und da habe ich jetzt 120 Paar. Ihr seht auch die Farbtemperatur. Es ist noch sehr blaulastig jetzt heute Vormittag. Das wird dann gegen Nachmittag und Mittag wird es dann immer weißer, weil mir das eigentlich ganz gut gefällt. So, jetzt muss ich natürlich hier vorne hingehen und noch ein bisschen tiefer. Jetzt bin ich auf 20 Zentimeter, also doppelt so tief. Da haben wir jetzt 60, ganz gut würde ich sagen, 60 Paar. Und auf dem Bodengrund haben wir jetzt aktuell, da sind wir dann bei 40 Zentimeter, ja, schwankend, aber ich würde mal sagen 50, mit gutem Willen 50 Paar, eher so Ende 40, 48, 47, irgendwie so. Das ist jetzt in der Mitte und das ist zu einer Zeit, wo, wie ihr gesehen habt, wir ja jetzt bei ungefähr 28 Prozent Lichtleistung sind. Das ist natürlich nicht viel. Wenn ich jetzt mal hier hingehe zum Beispiel und wie gesagt, also ich werde versuchen, das nicht selbst abzuschatten mit meinem Arm. Hier am Rand haben wir jetzt gerade mal 25 Paar, heute Vormittag. Das ist nicht so viel. Hier hinten über der LPS, gucke ich mal, da liegen wir jetzt bei 50, 55, 57. Hier unter der Pumpe wird es natürlich noch weniger sein, da schattet ich aber jetzt tatsächlich auch selber ab. Jetzt kann ich das Display nicht mehr lesen, da bin ich bei 20 ungefähr, glaube ich. 20 Paar. Hier hinten, im hinteren Bereich des Beckens, das ist ja auch 50 Zentimeter tief, das Aquarium. Da liegen wir jetzt bei, auch ungefähr bei 50 Paar, auf 20 Zentimeter Tiefe in etwa. Aber jetzt haben wir 60 Paar. ungefähr, ja, ja, die Hälfte ist der Beckentiefe. Über dem Briareum bin ich jetzt direkt. Da haben wir gute 30. Okay, und dann wollte ich jetzt nochmal wissen, ich habe ja hier so eine Sandfläche in der Mitte, wie da die Werte sind. Jetzt bei 60, 65, 68. Und hier oben, was ich dann noch wichtig finde, ist die Pucinopora, weil das hier eine SPS-Koralle ist und die kriegt jetzt 100 Paar am Vormittag bereits. Und 100 Paar ist jetzt für SPS eigentlich nicht ausreichend. Oder absolute Unterkante, würde ich mal so sagen. Aber eigentlich, sagt man ja, brauchen die mehr. Eher 200 plus Paar. Ähm, Aqucora noch mehr. Aber die habe ich ja zum Glück nicht. Also die gehen dann auf noch weiter hoch als 200. Aber ich habe ja keine Akupora-Korallen. Ja, also, was haben wir gesehen? Im Moment liegen wir zwischen 100 Paar und 25 Paar, je nach Beckenregion. Ihr müsst mir ein bisschen nachsehen, dass der Fokus jetzt natürlich immer nachsteuert, weil ich halt der Beleuchtung gegenüber sitze. Und dann gucke ich mal weg und dann Fokus, der natürlich wieder auf die Lampe. Ähm, aber ich glaube, wir halten das durch. Auf jeden Fall, ja, im oberen Bereich liegen wir jetzt bei 100 Paar, schon jetzt von Vormittag. Und wenn wir weiter runter gehen, liegen wir so bei 60, 50, so im mittleren Bereich des Aquariums. Das verteilt sich auch, finde ich, relativ gut. Also, meiner Meinung nach ist die Gesamtfläche recht gut ausgeleuchtet. Selbstverständlich fällt das Licht zu den Seiten ab. Das sieht man ja optisch auch schon auf dem Video. Aber es ist ja eh klar, dass das natürlich in der Mitte am stärksten ist und nach außen ein bisschen abfällt. Aber ich finde, das fällt gar nicht so heftig ab. Ich meine, gut, jetzt 25 Paar ist jetzt wirklich wenig. Ähm, allerdings geht die Intensität ja jetzt weiter rauf. Ich muss noch mal sagen, wir waren jetzt bei 28 Prozent, meine ich, Lichtleistung. Und das geht bis auf 80 Prozent rauf. Also, ich bin schon sehr gespannt, ähm, was wir dann heute Mittag für eine Messung haben werden. Wie die aussehen wird, äh, und, ja, dann gucken wir mal, was wir davon zu halten haben. Und werden dann noch mal eben, wie ich schon sagte, am Abend auch noch mal messen. Und das Gesamtergebnis können wir dann mal besprechen. Und, äh, dann sage ich euch, wie ich da, was ich darüber denke, wie ich weiter verfahren will. Dann gehe ich auch noch mal ein, welche Korallen, wie viel denn jetzt brauchen an Intensität tatsächlich. Und wie sich das mit meinem Becken verhält. Und vielleicht könnt ihr ja da dann auch für euer Becken etwas mitnehmen. Ähm, ganz besonders, wenn ihr diese Lampe von Kessil habt, die AP9X, ähm, mit der ich bis hierhin immer noch sehr gut zufrieden bin, was die Licht-, also die Optik angeht. Mir gefällt es nach wie vor sehr gut. Ähm, auch der Kringel-Effekt, der hier natürlich nicht so krass ist, wie bei den Spots von Kessil, aber ich finde ihn trotzdem sehr schön, den Lichteffekt, ähm, und ich höre auch nach wie vor die Lampe nicht. Klar, wie gesagt, ich habe sie nur in der Nachmittagszeit auf 80 Prozent laufen. Also die läuft nie voll bis jetzt. Und auch nicht lange. Das heißt, die hat gar nicht die Möglichkeit, besonders heiß zu werden und braucht dann auch nicht so viel Kühlen. Ähm, ich habe die Kühler aber auch schon mal gehört. Aber sie waren bei mir nicht laut, weil ich auch schon von Leuten gelesen habe, sie hätten da irgendwie total laute Lüftergeräusche. Jetzt ist es natürlich so und deswegen gebe ich da auch so ungern Auskunft drüber, wenn mich jemand fragt. Es ist wahnsinnig subjektiv, wie empfindlich mein Lärm gegenüber ist. Und dann ist es noch sehr unterschiedlich, ob es ein Pfeifen ist, es ist hochfrequent, es ist niederfrequent, äh, und dann auch alleine schon die Lautstärke, die nehmen wir halt alle so unterschiedlich und individuell wahr, äh, dass ich da nicht sagen kann, so, oh, ich höre, also ich kann sagen, ich höre die quasi so gut wie gar nicht. Andere, die viel empfindlicher sind, die würden sie vielleicht eher wahrnehmen. Aber ich finde, fürs Wohnzimmer ist das überhaupt kein Problem. Die Lampe alleine würde ich wahrscheinlich sogar in Schlafzimmer hängen, also wenn sie nicht so krass hell wäre. Ist jetzt nicht unbedingt was für Schlafzimmer, aber von der Lautstärke her hätte ich da überhaupt keine Bedenken. Da sind andere Geräte, denke ich, durchaus lauter. Ja, gut. Ähm, ich mache jetzt an der Stelle mal einen Cut und wir sehen uns dann heute Mittag wieder. So, da bin ich wieder. Es ist 14 Uhr. Wir haben jetzt den Peak hier, was die Leistung angeht. Ich hoffe, dass mein Mikrofon tut. Ähm, ich hatte nämlich gerade so meine Probleme damit. Ich werde jetzt einfach mal direkt loslegen, das wird keine Zeit verlieren. Ähm, will jetzt nochmal eben OBS starten, damit ihr auch was sehen könnt. Okay, ich lege direkt los. Also, wir befinden uns in der Mitte. Ich bin unter der Wasseroberfläche und wir haben hier jetzt 280 Paar direkt unter der Wasseroberfläche. Das sind auf jeden Fall schon mal 80 Paar mehr als vorhin, als heute Vormittag. Ähm, ich gehe direkt mal jetzt so auf die Mitte, das, äh, also von der Höhe her, auf 20 Zentimeter Tiefe. Da liegen wir jetzt bei der Gonioproba auch bei 180 bis, ja, es schwankt jetzt sehr stark durch die Wellenbewegung. Die ist jetzt auch etwas stärker. Also, ja, zwischen 150 und 200 Paar, würde ich mal sagen. Hier hinten bei der Pilzlederkoralle liegen wir jetzt bei 80, in der Mitte der Pilzlederkoralle bei 150. Ich sag mal, dass nach hinten hin fällt die Beleuchtung schon ziemlich stark ab. Ich denke, dass es auch an dem Städt liegt. Jetzt würde ich mal gucken, was wir hier auf der Couture Aurora vorliegen haben. Da liegen wir jetzt bei 180 auch, 150, 180, direkt darüber 200, um die 200. Das hat dann auch hier die, ja, die Gorgonia hat sogar mehr jetzt, weil es weiter in der Mitte liegt. Die liegt bei über 220. Und hier in der Mitte der Riffplatte sind wir also zu 150, 160. Die Pavona Cactus ist ja vielleicht auch interessant, weil es eine SPS ist. Und keine Acropora, wie ich glaube ich vorhin sagte. Liegen wir jetzt so bei 180, 170. Auch relativ hoch. Die LPS, die, ups, die Hirnkoralle hier unten. 100 Paar, würde ich mal sagen. Und hier auf dem Bodengrund, wo wir 50 hatten heute Vormittag, liegen wir jetzt bei 90, 85, 87, 100. Also so um die 100 Paar. Das wäre dann jetzt so fast doppelt so viel als heute Vormittag. Jetzt nochmal eben hier in der Ecke gucken. Ja, hier ist immer das Problem, dass ich mit meinem Arm einfach im Weg bin. Ich versuche mal von hier zu kommen, aber... Ja, es sind hier am Rand lediglich knapp 40 Paar. Das ist tatsächlich nicht sehr viel. Ja, das ist also jetzt das Ergebnis. Um 14 Uhr zur intensivsten, nicht intensivsten Zeit. Was habe ich denn hier über dem Briareum hinten in der Ecke? Ja, auch 50, 60, 50, 60 Paar. Die Discosoma kriegen hier unten immer noch über 100 ab jetzt. Okay. Genauso wie die... Ja, die kriegen auch ungefähr 100 ab hier zu Antus. Wie sieht das aus mit der... Hier vorne? 100 Paar. Und hier in der Ecke, ja, da werde ich jetzt nicht messen können. Da werden einige sagen, ist die gescheuert, leitet sich ein Messgerät und misst nicht vernünftig, aber... Ja, hier bin ich genau wie auf der anderen Seite auch für um die 30 Paar. Ähm... Finde ich immer noch... Also, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, muss ich gestehen, tatsächlich. Und zwar, weil ich einfach gedacht habe, dass es heller ist, dass wir mehr Leistung haben. Ähm... Ich stoppe mal eben hier jetzt die... OBS-Aufnahme. So, da bin ich wieder. Ähm... Ja, ich habe wirklich gedacht, die Lampe haut mehr Lichtleistung raus, oder beziehungsweise Lichtintensität. Die Lichthelligkeit, die ja in Lux gemessen wird, ist eben nicht gleich Paar. Paar ist ja... Der steht ja für photosynthetisch... Wofür steht das? Aktiver... Aktivisch... Für photosynthetisch aktive Strahlung. Also, Paar, R ist dann für Radiation. Und ähm... Das bedeutet einfach, dass das der Anteil des Lichts gemessen wird, um das überhaupt mal hier vielleicht oberflächlich klar zu machen, weil so in die Tiefe gehen kann ich da auch nicht. Aber Paar ist dann der Bereich des Lichts, der gemessen wird, der verarbeitet werden kann für die Photosynthese. Was ja eben bei den Korallen auch stattfindet, durch die Bezugsantellen. Zumindest bei denjenigen Korallen, die das halt benötigen. Und ähm... Ja, der Paarwert gibt eben den Wert des Lichtes an, der im Grunde genommen verwertet werden kann als Nahrung, als Photosynthese, Energie für die Korallen oder eben auch Pflanzen. Und deswegen misst man überhaupt den Paarwert und nicht irgendwie Lumen oder Lux oder so. Und wenn man sich auf diese Werte verlassen will, dann kann man glaube ich... Also, das ist meine persönliche Einschätzung und kein Fakt, aber ich glaube, man kann sich besser an Lux halten als an Lumen. Weil Lux einfach noch mal mehr die Intensität widerspiegelt als die Blumen, die nur die Helligkeit wiedergeben. Und aus der Lichthelligkeit kann man eben nicht ableiten, wie viel von diesem Licht eine Pflanze oder auch eine Koralle überhaupt verwerten kann. Also, ein Licht kann wahnsinnig gleißend hell sein, aber das Spektrum des Lichtes, was von Pflanzen verarbeitet werden kann oder wie in dem Fall auch von Korallen, kann deswegen ja trotzdem gering sein. Während eine Lampe, die nicht so hell ist, mehr Farbspektrum und mehr Lichtteilchen zur Verfügung stellt, die eben verarbeitet werden können von den Pflanzen oder auch Korallen. Ich bin da aber, wie gesagt, nicht sehr in der Tiefe drin. Ich habe mich da oberflächlich eingelesen, man kann da sehr tief in so ein Rabbit Hole reingehen. Das ist meistens dann nicht so mein Fall. Ich weiß, dass es viele von euch gibt, die da voll drauf stehen. Das sei euch auch nicht genommen, ich bewundere das, aber ich bin selber nicht so, dass ich da so wahnsinnig in die Tiefe reingehen kann, dass ich nachher da einen wissenschaftlichen Vortrag darüber halten kann. Wie ihr ja auch mitkriegt. Ich versuche das alles lebensnah irgendwie euch zu vermitteln und auch mich auf die Dinge zu begrenzen, die man halt schon auch wissen sollte, mindestens um dann eben ja gewisse Einschätzungen machen zu können. Und zu dem Zweck, also ich habe jetzt von unterschiedlichen Quellen auch nochmal rausgesucht, was die so angeben, was man für ein Licht braucht denn jetzt tatsächlich. Und da liest man, bei den meisten, die sind sich wohl so einig, dass man bei einfachen Korallen, gerade besonders, also LPS sind ja, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, sind LPS eben diejenigen Korallen, die am wenigsten Licht benötigen, mit am wenigsten Licht zurechtkommen. Und da sagt man jetzt so, das fängt in der Regel bei 50 Paar an. Es gibt auch einige, die mit noch weniger klarkommen. Also, man kann die eine oder andere LPS wahrscheinlich auch mit 30 Paar halten. Aber darunter sollte man dann nicht mehr sein. Was dann hier in den äußersten Randbereichen schon leicht kritisch ist, aber da wächst ja auch nichts an Koralle, was viel Licht benötigt bei mir. Das habe ich ja schon ein bisschen so positioniert. Aber Fakt ist, also 50 Paar sollten es mindestens sein für LPS. Das geht dann von 50 bis 150. Einige sagen auch dann vielleicht 200. Aber LPS und Weichkorallen 100, 150 Paar, es sollten die mit klarkommen. Ist ein guter Wert. Dann gibt es noch Tabellen, die ein bisschen detaillierter sind. Ich habe hier jetzt zum Beispiel gerade Goniopora. Mindestens 100 Paar, maximal 300. Wie safe die Info ist, da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Wie gesagt, Agropora steht hier 200 Paar Minimum und bis zu 700 Paar Maximum. Jetzt haben wir hier gemessen und ihr wisst, könnt euch ungefähr vorstellen, also ich habe im oberen Bereich ja gute 200, auch jetzt über 200 gemessen, aber ich war noch ein gutes Stück von 300 Paar weg. Jetzt ist die Lampe natürlich auch noch nicht auf Maximum, wie ich ja erklärt habe. Aber ich schätze, ich würde 320, 350 Paar. Ich schiebe die gleich mal auf 100 Prozent hoch, dann gucken wir mal. Würde ich vielleicht kriegen, aber ihr könnt da schon raushören, für richtige Agropora-Korallen ist das fast noch zu wenig Licht. Da müsste man schon zwei von diesen APL 9X hier über diesen 1,20 Meter Becken haben, damit man richtig Agropora halten kann. Deswegen werde ich das auch ganz sicher nicht machen. Aber ich erzähle das jetzt alles zum einen für diejenigen, die da noch nicht so drin sind und auch zur Selbstreflexion für mich, weil ich nämlich immer davon ausging, ich habe mich sehr und man sieht das ja jetzt auch deutlich im Hintergrund, wie gleißend hell das aussieht. Und davon habe ich mich auch täuschen lassen. Ich habe gedacht, Junge, Junge, die Lampe ist doch sowas von hell, die wird garantiert ohne Ende Paar haben. Aber wie ich gerade sagte, die Lichthelligkeit hat noch nicht zwangsläufig mit der Paarleistung zu tun. Wichtig ist aber für mich nur zu wissen, mit den Korallen, die ich hier jetzt im Aquarium habe, komme ich wunderbar klar. Ich werde auch, zumindest was das Licht angeht, kann ich sowas wie Pozilopova, Pavona, SPS, ich denke auch Milka, sowas dürfte hier auf jeden Fall funktionieren, vom Licht her. Die Wasserwerte sind nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Da wollte ich jetzt in diesem Video nicht eingehen, aber nur ganz kurz. Die Nährstoffwerte müssen ja auch für SPS-Korallen, gerade für Aquopora-Korallen extrem niedrig sein und extrem stabil. Und das kann ich hier bei den Becken auch mit der technischen Ausstattung so nicht leisten und der Versorgung und deswegen findet das hier auch nicht statt. Und deswegen brauche ich da auch nicht tiefer drauf eingehen. Ich will jetzt nur noch mal eben, jetzt habe ich das OBS alles ausgemacht, jetzt mache ich es nochmal wieder an, damit ich euch gleich zeigen kann, wie denn jetzt, wie viel Paare denn jetzt haben, wenn ich die Leistung maximal hoch schiebe, weil ich habe ja jetzt das Gerät, ups, jetzt bin ich wieder stockdunkel, also ich habe ja das Gerät jetzt nur ein paar Tage und deswegen möchte ich natürlich die Gelegenheit nutzen, jetzt zu gucken, wie viel kann denn die Lampeleistung bringen. Dass ich weiß, wenn ich die irgendwann mal auf Maximum stellen sollte oder wollte, was ich dann erwarten kann für eine Paarleistung und nicht, dass ich mir das dann nochmal wieder ausleihen muss, das Gerät. Ich werde im Übrigen auch alle meine anderen Aquarien messen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das auch filmen werde, weil ich einfach nicht weiß, ob ich das zeitlich schaffe, weil ich habe es dummerweise nicht so lange gemietet. Aber wir schauen mal. Vielleicht kriege ich es hin, dann werde ich euch das zeigen. Ich möchte jetzt jedenfalls mal eben gucken, ups, jetzt habe ich mir das hier verstellt. Ich wollte jetzt mal eben auf 100 gehen. Ich bin jetzt auf 100 Prozent Leistung und 100 Prozent Weiß. Also da ist jetzt kein Blaulichtanteil mehr drin. Ich kann jetzt auch noch, ich sag mal, ja gut, die Farben, das ist Geschmackssache. Die Farben lasse ich jetzt mal außen vor. Ich habe jetzt nur die Lichtintensität und die ist jetzt auf 100 Prozent. Und jetzt schauen wir mal eben, was wir jetzt kriegen. Ich merke übrigens, die Lampe jetzt schon auf meiner Haut in dem Abstand. Also, wir haben hier jetzt direkt unter der Wasseroberfläche in der Mitte 320, 310, 300, ja, also gute 320 Paar. Da lag ich ja mit meiner Schätzung schon gar nicht so schlecht. Hier hinten kommen wir dann auf, in der Mitte der Pilzländer Choralle auf 170, ziemlich stabile 170 Paar, 180 Paar. Hier bei der Gonyo, die ja nur 300 aushält, wie wir gerade gelernt haben, zumindest laut dieser Seite, liege ich jetzt bei voller Leistung und Strömung bei 200, bei 190 bis 250 Paar. Das fluktuiert natürlich stark, dazu habe ich ja was gesagt, wegen der Strömung. Die Alveo hier vorne, die kriegt 120 ab. Hier vorne auf dem Boden, wo ich die ganze Zeit auf dem Boden gemessen habe, da haben wir jetzt 116, 110, da hatten wir vorhin so 90, glaube ich, bei 80 Prozent. Und jetzt liegen wir so bei 110, also safe, safe 100 Paar habe ich hier auf dem Boden, würde ich mal sagen. Hier werde ich auch mal eben gucken. 150 sind es hier. Also ich kann sagen, wenn ich die voll aufdrehe, die langt, dass ich auf dem Bodengrund meines Aquariums 100 bis 150 Paar habe. Hier sind es 140, 145, auch mal 200 zwischendurch. Hier in der Nähe des Abschäumers liegen wir bei 50. Aber hier ist auch wirklich viel, was abschattet, auch Plexiglas doppelt und dreifach. Natürlich brengst das Licht ab. Die Plexiglasplatte, die ich hier drunter habe, ist vollkommen klar. Mir ist aber halt die Abdeckung wichtig, um weniger Verdunstung hier im Raumklima zu haben. Aber dann, das führt natürlich dazu, dass ich da in der Ecke 40 Paar habe oder so. Mehr ist es nicht. Wenn man das weiß, ist es ja nicht so schlimm. Ich habe da zur Zeit nur Algen wachsen und die kommen damit wohl klar, wie es aussieht. Obwohl auch einige Algen durchaus mehr Paar vertragen. Jetzt habe ich hier hinten die Logophilia stehen und will mal gucken, ob ich hier messen kann. Ja, die kriegt da eigentlich ein bisschen wenig mit 30 Paar. Die möchte mit Sicherheit mehr. Aber da ist der Platz auch noch nicht endgültig. Ja, vielleicht sind es auch 40. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir hier so bei 40 Paar sind. Aber viel mehr ist es nicht. Okay. Also, wenn ich Milkgas oder so halten will, Protilopora oder so, dann geht das auf jeden Fall. Die würden ja dann eh im oberen Bereich wachsen, das Ganze. Ich werde jetzt allerdings mit der Leistung wieder etwas runter gehen, so wie es vorher war. So. Weil ich wollte ja jetzt nur mal wissen, was geht. Und ich komme auf sicher 300 Paar. Das kann ich jetzt so festhalten. Das ist das, was ich für mich mitnehme, dass ich mit der AP9X bei meinem 1,20 Meter Becken mit 40 Zentimeter Höhe und 50 Zentimeter Tiefe auf 300 Paar komme im oberen Bereich, der dann auch für SPS das wichtig wäre. Und im unteren und mittleren Bereich liege ich bei 200, bei 150 teilweise sogar auf dem Bodengrund. Also, da sollte alles gut wachsen können und funktionieren bis eben auf Apropora, die ja für mich sowieso nicht in Frage kommen. Gut. Jetzt fehlt uns nur noch das Ergebnis von heute Abend. Jetzt habe ich schon ziemlich viel aber Fazit gezogen. Das heißt, ich werde dann, wird es mit die Messung heute Abend vielleicht kürzer verlaufen und das Fazit auch, weil ich habe euch ja jetzt schon sehr viel darüber erzählt. Ich, für mich ist das Resümee, das nehme ich jetzt dann auch schon mal vorweg, dass die Lampe für dieses Aquarium wunderbar passt, dass ich keine zweite brauche oder irgendwie noch eine andere Beleuchtung. Ich könnte höchstens noch eine brauchen, wenn ich hier doch noch mal irgendwann eine Mangrove einsetzen wollte. Dann müsste ich eine eigene Lampe haben für die Mangrove. Aber ich brauche keine Zusatzbeleuchtung hier mehr für das Aquarium. Das ist super versorgt mit der Kessel und das war es, was ich wissen wollte. Und das war es wahrscheinlich auch, was ihr wissen wollt. Jetzt ist es natürlich schade. Ich kann jetzt nicht oder ihr könnt mir jetzt nicht sagen, messt doch das und das nochmal nach, weil wenn ihr das Video seht, habe ich das Messgerät leider schon wieder weggeschickt. Aber ich kann ja vielleicht trotzdem eure Fragen beantworten, wenn ihr welche dazu habt. Wenn ihr irgendwas hier jetzt gesehen habt oder was euch nicht ganz klar ist oder so, schreibt es mir gerne und dann werde ich da auf jeden Fall drauf eingehen. Ja gut, ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt soll es das gewesen sein. Wir sehen uns heute Abend nochmal kurz wieder und dann machen wir nochmal eine Messung in der Blaulichtphase, obwohl da wahrscheinlich ja nicht so viel Paar bei rumkommen kann. Aber es ist ja vielleicht trotzdem nicht uninteressant, das jetzt auch noch mitzunehmen. Wäre ja doof, das jetzt zu lassen. Insofern runden wir das Paket dann schön ab, haben dann den gesamten Tagesverlauf so ein bisschen drin und abgedeckt und ich sage bis heute Abend. Ciao. So, moin oder ja, moin sagt man bei uns ja zu jeder Tageszeit. Es ist jetzt 18 Uhr. Jetzt zieht es gerade super hell auf, weil damit ich hier Licht kriege, die Kamera, aber es wird gleich wieder dunkler. Ich habe ja gesagt, ich wollte mit euch in der Blaulichtphase nochmal messen. Die ist jetzt zwar noch nicht voll ausgeprägt. Ich gehe mal aus dem Bild, damit der Fokus mal wieder sich normalisiert. So, jetzt kann man glaube ich schon sehen, dass es ziemlich bläulich geworden ist mittlerweile. Es wird natürlich noch dunkler und noch blauer, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt um 22 Uhr messen. Das macht auch glaube ich relativ wenig Sinn. Wir haben jetzt ungefähr 50 Prozent der Lichtleistung. Heute Morgen, als wir gemessen haben, oder beziehungsweise, ich komme noch mal rein ins Bild. Heute Vormittag hatten wir 28 Prozent Leistung, vielleicht ein bisschen weniger. 25, 28. Dann hatten wir 80 Prozent heute Mittag und dann habe ich 100 Prozent auch nochmal ausgetestet. Und jetzt haben wir quasi 50 Prozent die halbe Lichtleistung. Ich glaube, dass wir so einen ganz guten Überblick kriegen über ein Viertel die vollständige Leistung und jetzt nochmal die halbe Leistung. Und ja, die Aufnahme läuft schon von dem ITC-Gerät und deswegen messen wir jetzt nochmal nach. Und ich werde mich bemühen, so ungefähr die selben Stellen abzugehen, wie ich das bisher immer gemacht habe. Wir fangen mal hier an. In der Mitte der Lampe, kurz unter der Wasseroberfläche, da liegen wir jetzt bei 210, 230, je nach Wellengang, Paar. Dann gehen wir mal hier hinten zur Pilzlederkoralle. Da habe ich jetzt 120, 119, 120 Paar ungefähr. Hier vorne bei der Goniopora liegen wir bei über 140 immer noch, also 130 bis 150. Jetzt hatte ich hier gerade sogar 200. Also das schwankt hier sehr stark. Fragt mich mal, wo das jetzt herkommt, die extrem starke Schwankung. Das kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Aber 150 Paar sollten wir hier auf jeden Fall haben. Dann schauen wir hier auch nochmal bei den Gorgonien. Da sind wir bei 170, 180, 200 in etwa. Bei der Pilzellopora müsste es dann auch so viel sein eigentlich. Obwohl, jetzt habe ich hier nur 150. Auch wieder knapp 200. Ich würde sagen, 190 hat die Pilzellopora jetzt noch. Die Parona Cactus hier hinten, die andere SPS, die ich jetzt hier noch habe, bekommt hier jetzt 150 Paar ab. Wie gesagt, wir haben jetzt 18 Uhr. Um 23 Uhr geht hier das Mondlicht an. Die LPS hier unten hat 70, 80, gut 80 Paar würde ich sagen. Genauso wie der Schwamm, der hier hinten dran ist. So, hier hatten wir die ganze Zeit ja sehr viel niedrigere Werte und das bleibt jetzt natürlich so. Hier liegen wir jetzt so ungefähr bei 20, 25. Ich gehe davon aus, dass es etwas mehr ist, weil ich halt das ein bisschen abschatte durch meinen Arm und durch die Pumpe hier. Aber jetzt habe ich hier, messe ich 30 zum Beispiel gerade. Also so 30, 35 Paar werden das da an der Seite noch sein. Dann sind wir hier auf dem Boden noch nicht gewesen. Hier wollte ich jetzt dann auch nochmal gucken. Da habe ich ja den ganzen Tag über gemessen und da haben wir jetzt auch so 65, 70, 70 Paar. Relativ stabil. Hier. Ja, und letzten Endes, dann können wir hier nochmal am Rand gucken, die hier jetzt aktuell die Situation ist. Moment. Hier liegen wir jetzt auch bei 30, genau wie auf der anderen Seite. Also das kommt ja ungefähr hin. Dass es an beiden Seiten auch identisch ist. Hier haben wir 40, 45. Hier hinten beim Brearerum hatte ich noch gemessen zuletzt. Dann liegen wir bei 40, 50 Paar ungefähr und dann nochmal hier unter der Brücke bei den Discosomas sind es jetzt auch immer noch 70, zwischen 70 und 100. Ja, also wir sind immer noch überall in dem Bereich, wo das für die Korallen, die ich hier besetzt habe, auch ausreichend ist von der Lichtleistung her. Die fährt jetzt halt noch wieder ein bisschen runter die nächsten Stunden, geht noch stärker in die Blaulichtphase rein. Aber wie ich schon ganz am Anfang glaube ich sagte, ist es so, dass ja die Nahrung sozusagen, die Korallen aufnehmen, die werden natürlich über den Tag hinweg, also wo die Lichtleistung am stärksten ist, da werden die natürlich auch am meisten Nahrung bekommen. Und zwischen Abend und morgen wird es dann halt eben entsprechend weniger. Ja, ich will jetzt gar nicht so ein wahnsinnig langes Fazit ziehen, weil das hatte ich ja schon heute Mittag gemacht im Großen und Ganzen. Ich fand es sehr interessant, das Gerät mal auszuleihen. Ich wiederhole das gerne nochmal. Ich habe das jetzt bei Vornamarin online gebucht. Ihr könnt euch da in den Kalender eintragen und dann je nachdem, wie lange ihr das leiht, müsst ihr dann halt eben eine Leihgülle bezahlen. Ich habe jetzt für eine Woche 19,95 Euro, glaube ich, bezahlt, wenn ich mich nicht völlig täusche. Versandkosten kommen dann natürlich noch dazu. Also wenn ihr schlau seid, bestellt ihr gleich vielleicht noch irgendwas mit, was ihr braucht bei der Gegendheit. Ich fand es sehr interessant, das mal zu benutzen. Ich finde auch, es lohnt sich vielleicht nicht unbedingt, so ein Gerät selbst anzuschaffen, wenn es über 300 Euro kostet. Es gibt vielleicht auch schon günstigere heute mittlerweile. Ich weiß aber nicht, wie verlässlich die sind. Es gibt auch teurere. Aber ja, ich bin ja jetzt hier auch, das habt ihr gesehen, in der Oberfläche des Programms auch nicht so wahnsinnig in die Tiefe gegangen, weil ich ja selber gesagt habe, meine Ahnung hält sich in Grenzen. Es bezieht sich halt auf die wichtigsten Faktoren, dass ich den Unterschied zwischen Lux und Lumen und Paar kenne vielleicht. Dann gibt es ja noch Pool, da weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau, ob das noch up to date ist oder ob man jetzt sich auf Paar auch geeinigt hat. Aber alle sprechen eigentlich von Paar und ich denke, dass das Konsens ist, dass man über die Werte geht. Und alle Werte, die wir hier heute gemessen haben, wie gesagt, reichen für einfache SPS-Korallen aus und auch für alles andere letztlich. Und das ist ja schon mal schön, weil die Lampen, die vorher drauf waren, die von AI gekleinten, jetzt weiß ich erst, wie wahnsinnig wenig Licht das gewesen ist auf diesem großen Becken. Und ich habe das einfach, ich habe den Unterschied nicht gekannt und ich konnte das auch gar nicht wirklich einschätzen. Aus dem Nichts heraus, mir erschien das erst mal viel Licht von diesen AI Prime 16 HD Lampen. Und am Ende des Tages jetzt verglichen aber mit dieser, gut, ich konnte die damals leider nicht messen. Ich hatte da nur einen Chart aus dem Internet, wo die Werte drauf standen, auf die ich mich dann verlassen habe. Aber die liegen natürlich weit unter der Leistung von dieser Lampe. Und das sieht man ja auch schon alleine daran, dass ich, ich stelle ja fest, dass ich ein ganz nettes Korallenwachstum mittlerweile habe. Es könnte noch mehr sein und ich gehe einfach davon aus, das kennt ja jetzt die Werte, da ist noch Luft nach oben. Auch die LPS dürfen mehr haben. Wenn ich hier im mittleren Bereich zwischen, ja, 60 und je nach Region 60 und 100 Paar liege, so im Tagesdurchschnitt, darf das gerne noch ein bisschen mehr sein für die LPS-Korallen. Die Pilzleder, die ja auch wohl gerne ein bisschen mehr Licht hat und auch die beiden SPS, die ich habe, und die kommen da oben, glaube ich, ganz gut klar. Denen schadet es aber auch nicht, wenn ich die Lichtleistung noch ein bisschen höher drehe. Also ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Wie gesagt, ich habe es angedeutet. Entweder nehme ich den Peak rauf oder ich mache das so, dass ich also bei der Höchstleistung um 14 Uhr halt eine Stunde vorher oder so und eine Stunde hinterher einfach nochmal die Leistung höher schiebe, dass ich vielleicht über einen Zeitraum von drei Stunden die 80 Prozent habe, nicht nur über einen Zeitraum von einer Stunde. Das dürfte ja dann auch schon eine Menge ausmachen, auch was das Wachstum hier angeht. Und ich merke das gerade jetzt in letzter Zeit. Ich meine, ich habe zwar auch das Versorgungssystem umgestellt vor einiger Zeit, das habt ihr ja gesehen. Okay, aber gerade auch die gelbe oder grüne Goniopora, die entwickelt sich einfach super in der letzten Zeit. Und bei allen Korallen ist ein besseres Wachstum gegeben. Und deswegen nochmal abschließend. Ich werde die Lampe nochmal ein bisschen höher schrauben und werde euch auf dem Laufenden halten. Ich werde dann jetzt nicht nochmal ein Messgerät bestellen, weil ich weiß ja jetzt ungefähr, was ich wo zu erwarten habe. Aber es war super sinnvoll, sich das tatsächlich mal zu leihen und das alles durchzumessen. Ich habe auch noch einige andere Becken durchgemessen heute. Auch das Becken, das ihr jetzt noch nicht kennt bisher. Und was ich noch verheimliche für euch. Ich habe mir vorgenommen, morgen aber auch nochmal loszugehen und das Orinoco-Becken zu messen drüben im Fischkeller. Da bin ich sehr gespannt, weil das sehr hoch ist. Da ist es jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, weil da sind keine schwierigen Pflanzen drin oder so. Aber ich denke, dass das trotzdem interessant sein könnte. Auch vielleicht für den einen oder anderen von euch da dann nochmal zu gucken, wie das bei so einem Becken ist. Ich glaube, dass ich mir die Mühe spare beim Tanganika-Becken, weil da ja nur Anubias drin sind und die Beleuchtung eh dunkel ist. Und auch dunkel sein soll. Und deswegen, glaube ich, spare ich mir die Mühe. Aber bei dem kleinen Asia-Becken und bei dem Orinoco-Becken denke ich, dass ich das hinkriege. Dass ich da morgen auch nochmal eine Messung mache. Und dann werde ich euch das demnächst auch nochmal zur Verfügung stellen und hoffe, dass sie für euch was daraus mitnehmen können. Ich weiß nicht, wie lange dieses Video geworden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen was länger gut wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass es viele langweilig finden. Aber viele vielleicht auch nicht. Und gerade diejenigen, die vielleicht darauf gewartet haben, werden sich darüber freuen, denke ich. Und es wird dann auch demnächst wieder allgemein spannendere Themen geben. Also es wird bald wahrscheinlich, ja, werden Tiere dazukommen in der einen oder anderen Form. Auch hier im Shallow Reef. Und da werde ich dann natürlich auch wieder was dazu machen. Und es wird einfach weiterlaufen. Ich werde euch einfach treu bleiben und hoffe, dass ihr das auch tut. Und freue mich vor allem darüber und wünsche euch noch einen schönen Messsonntag. Ciao.